Mir ist aber gerade was angefallen. Ja. LC-Vergleich früher gegen heute. Ja, das wäre echt das, ja. Und dann eben währenddessen nebenbei leveln. Und dann einfach eben in der Videobeschreibung noch dazuschreiben, eben meinen Namen, eben meinen Ingame-Name. Ja. 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 der Gilde, der meinte gestern, der war 2 Level höher als ich, meinte gestern Abend, mal sehen wer schneller ist, auf 160 zu kommen. Also der hat gestern, der hat angefangen mit mir mit Level 76 und ja, der ist jetzt 121. Ja. Ja, so viel zum Thema, ne? Mein Vater zockt sogar auch, ey, sieh. Ja. Ja, hallo. Und der kennt dich auch. So, jetzt hier hinten in den Raum, den anderen Raum hab ich leergeräumt. Und du kriegst nochmal ein Schild. Bevor du gleich dann wieder abkratzt. So. So. Hallo, der Raum jetzt schon leer? Weiter. Okay, ich bin der Überzeugung ein bisschen starr. Ich glaub, hier kommt gleich auch nochmal ein Boss. Ich glaub, Ron. Wie viel Prozent hast du mittlerweile? 67. Okay, ich hab schon wieder 50. Also es sind knapp 90% Unterschied. Okay, schnell raus. Ja, ich glaub, da hinten ist er. Ja. Da, der, glaub ich. Ja. Da, der, glaub ich, war das. Du hast keinen Hass mehr drin. Ah ja. Ich glaube, das ist er. So, hat er was geführt? Nein. Jetzt sind wir noch weiter? Ne. Ist mit Runen eigentlich safe zu plussen? Ähm, ja, das Schultmann braucht schon eine Schutzsteine. Also bis auf plus 6, oder? Kannst du ja auch nicht. Wie meinst du? Ja, ich mein, ähm, wie weit das safe zu nehmen ist. Okay, hier geht's weiter. Ich mach noch bis 15 Uhr an. Ich frage, mach ich mal Pause. Ich hab bestimmt lange nicht mehr so... Irgendwie ist, ich weiss nicht... Also auf den Schirmen spiel ich sowieso fast nicht. Also vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten, da hab ich keinen Bock mehr. Und hier auf dem Privatsphäre war, ja, ich bin halt eine Stunde über sich. Ja. Ja, wenn man einfach auch dann Fortschritte macht. Wir können sonst noch runter gehen, dort im Keller. Ja, bestimmt kann man ja noch machen. Also ich hab das... Das ist noch lustig. Das Spiel hab ich... Das LC hab ich angefangen durch einen... Sozusagen den Grossvater von mir. Das ist nicht der richtige Grossvater, aber... So zumal der Partner von meiner Grossmutter, der hat mit dem Game angefangen. Und dann... Haben wir bei ihm gespielt. Natürlich so um... Das war irgendwie von 7 Jahren oder so. Und dann natürlich ohne Cash, ohne irgendetwas. Und dann richtig low. Und er hat... Soviel Zeit investiert und war natürlich um einiges höher. Und auch Cash. Wir wollten mit ihm zusammenspielen. Und das war recht nervig und traurig, weil... Oder ohne Cash, das irgendwie 2 Stunden nicht einmal... Vor Tag spielen und er irgendwie... Der halbe Tag. Dann... Ja. Der Schulkolleg hat auch noch mitgespielt, das fand ich... Von... Von... Von der Schule durchzumal. Der spielte auch noch jetzt. Mhm. So ist mir eigentlich auch das gekommen. Es war auch krass, dass sein Grossvater... Also sein Vater... Mein Schulkolleg, sein Vater... Hat auch angefangen zu spielen und immer wieder aufgehört und angefangen zu... Wie das halt gekriegt. Ja. Ich weiss nicht, ob der jetzt mal mit Fan noch spielt. Ja. Also ich kann jetzt hier auch noch direkt ganz vorne anfangen. Ja. Guck hier die Viecher, meinte ich vorhin. Ja. 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 Ich kann jetzt die Pastel verliefer werden. So will man was essen. chaud. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Einer aus meiner Gilde gammelt jetzt schon den halben Tag im Monster-Kombo-Kombo und kriegt keine Kassketten zusammen. Ich habe zwei Kombos gemacht. Man hatte dann direkt die ganzen Kassketten überhaupt. Eine 900er und eine 600er. Bis auf deiner Handynummer, die du im Skype stehen hast, eigentlich auf WhatsApp verbinden. Und dann kann man sich ja noch Videothemen einfallen lassen. Ja. Oder im Game-Kombo können wir ja auch wieder schreiben. Manchmal kommen ja so Themen von ganz vielen auf einmal und jetzt kommt mir nichts in den Sinn. Das ist zu blöd. Ja, das ist schon manchmal wirklich schön blöd. Aber, ja, so ist das Leben. So eine Art Gedankenblitz gab es hier noch nicht. Ja. Weisst du zufällig, ob es hier auch irgendwo Server-Buffs gibt? Server-Buffs? Aber, nein, also, hatte ich noch nie. Können sie wahrscheinlich machen, aber haben sie nicht. Bis jetzt. Nein, man kommt ganz gut ohne, klar. Wann bist du Level 148? Noch 2%. Okay, bei mir sind es noch 15%. Dann bin ich 149. Ah, Mann-O-Meter. In der Gilde sitzen Leute immer noch im Monster-Combo. Äh, pass mal auf auf deine HP. Na, jetzt bin ich doch. Na ja, jetzt brauchst du nicht mehr drauf zu achten. So, noch 13% bei mir. Ja, 12. Ach du Scheiße, ich hab schon 86.000 HP jetzt gemacht. Vielleicht mach ich mir da mal kurz noch essen. Oh, Mann. Am Dienstag schreib ich Klassenarbeit. Ja. Aber zum Glück in einem Fach, was ich kann. Zum Glück in Englisch. Nach 8%. Aber ich find gut, dass wir die XP-SAM so gut wie nichts kosten. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Wie viel sonst. Also nicht so wie auf manchen Servern. 500. Ähm, Schritt kosten schon. 500 Millionen. Also da wäre ich schon manchmal verzweifelt. Okay, jetzt ist meine Lidia abgelaufen. Ja. Okay, jetzt kann ich noch mal alles reinballern. Ich probiere jetzt noch schnell weiter. Vielleicht mach ich auch noch heute auf 150. Ja. Vielleicht kann man nicht gleich nur noch in Juno rum. Ist auch gut. Cool, ja. Level up. Man kriegt bestimmt in 20 Minuten noch ein Level up hin, oder? Ja. So, einen Prozent hab ich ja schon wieder. Ich sporte aus der Kapelle mal raus. Ja. Und so, dann erstmal verkaufen. Ich weiß noch, wie ich früher bei FC immer Geld gemacht hab. Immer wieder vor der Kapelle das Stumpfe rumhauen. Und dann immer wieder das Gold zusammenhauen. Ich wollte mir früher immer die 121er plus 10 kaufen. Und dann bin ich mit den 97er Dualls nach Mora gegangen. Vor die Kapelle und hab mir die ganze Zeit zusammengehauen. Ja, ja. Das war noch lange her. Wo gammelst du gerade noch rum? Mit zweitem Fanatiker bin ich jetzt gerade... Mit den Särgen auf dem Rücken. Disconnect. Als hab ich's gewusst. Einer Fenster. Da ist Disconnect. Da ist Disconnect. Da ist die Türchen zu Beginn da. Oh Dein Ritter sitzt immer noch, Juno, gell? Ja Ja, liebe Leute, das war's vorerst Jetzt habt ihr oben rechts noch eine Abstimmung Drückt einfach auf das I Dann könnt ihr auswählen, was ich als nächster so bringen soll Ja, flüssig abstimmen Und ciao miteinander Ciao